Einem warmen Geldsegen in Höhe von 2000 Euro, außerdem dem Pokal der Firma Neudat und außerdem ein Jahr kostenlosen Coaching-Training der Identitätsarchitektin geht an... ...Zyklener Köln! Also Felix, ich darf dich schon mal um die Startlöcher begeben. Applaus für Felix und Zyklener Kampo! Auf die Bühne kommen außerdem Carsten Lexer von der Initiative Gründer in Würzburg und dem Tom Bittich nach oben von den Identitätsarchitekten. Wir haben jetzt schon einiges gehört für alle, die sich fragen, wer ist das denn eigentlich? Von euch gibt es ein Jahr kostenfreies Coaching im Bereich Führung und Unternehmensidentität. Ihr seid sogar zu zweit, genau, gestandene Startup-Coaches, die wissen woraus bei Startups ankommt, worauf Startups hinarbeiten müssen und vor allem, wie sich auch die Mitarbeiter bei Startups verwirklichen können. Also eine echte Win-Wing-Situation, die da entsteht und wir sagen herzlichen Glückwunsch an Circular Carbone zum Preis, zum Pokal und zur 2.000 Euro Siegprämie! Applaus 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 Applaus